Hallo meine Lieben, ich habe ein großes, tolles Anliegen und eine ganz, ganz wichtige Information für euch. Ich habe mit einigen aus meiner Community im Discord gesprochen und viele wünschen sich, dass wir auf einer Plattform streamen, dass man nicht auf tausend Plattformen unterwegs ist. Und wir haben uns natürlich dann für den Stream für Twitch entschieden, weil Twitch eine bessere Qualität hat. Wir haben keinen Delay. Ihr müsst nicht mehr in dem kleinen Chat dort lesen, was die auf der anderen Plattform schreiben. Gerade die Leute, die über Handy oder Tablet dabei sind, können halt auch immer schwer nachvollziehen, was wird denn in dem anderen Chat geschrieben. Und deswegen würde ich es gerne einfach ausprobieren, mal jetzt die nächsten Streams nur auf Twitch laufen zu lassen und gucken, wie es läuft. Und ich appelliere da einfach mal an euch, wenn ihr Bock habt, auch weiter meine Streams zu gucken und dabei sein wollt, würde ich mich natürlich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir auf Twitch ein bisschen folgt für die Streams und mich da weiter unterstützt und weiter meine Videos guckt, weil die Qualität besser ist. Ihr habt da mehr Möglichkeiten. Ich kann besser die Nightbots einstellen. Ihr werdet nicht mehr zugespammt auf mehreren Plattformen durch die Bots und so weiter. Man kann sich wirklich auf eine Sache konzentrieren und die dafür dann halt richtig, richtig geil machen. Und ich würde mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen, Leute, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir auf Twitch wechseln. Und wenn es nachher gar nicht passt und wir sehen, das funktioniert gar nicht, dann würde ich natürlich wieder auf beiden Plattformen streamen. Aber ich würde das gerne ausprobieren und braucht dafür natürlich eure Unterstützung im Livestream. Und ja, eine Twitch-Ermeldung kostet nichts. Sie ist kostenlos. Viele von euch haben wahrscheinlich ja sogar schon einen Twitch-Account. Aber so kann ich das schön trennen. Ihr werdet nicht zugespammt von irgendwelchen Mitteilungen auf YouTube. Wegen Stream geht an, Stream ist an und der Stream wurde hochgeladen und so weiter. Das wäre dann einfach auf Twitch und ihr könntet dann auch geile Szenen rausklippen bei Twitch und so weiter. Also Twitch bietet da wirklich viel für den Streamer. Und die Qualität ist einfach besser. Der Delay ist nicht da und so weiter und so fort. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und ihr könnt mir auch gerne was in die Kommentare dazu schreiben. Was haltet ihr davon, dass wir YouTube wirklich für die Videos, für die Zusammenschnitte, für die Best-Offs machen und wirklich als rein geilen Videokanal dann jetzt laufen lassen und als Streaming-Plattform, damit wir dann auch alle einfach zusammen sind in einem Chatraum, dann Twitch dafür nutzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze unterstützt und mich dort unterstützt und wenn es gut läuft. Ja, ich werde vielleicht auch nur kleine Abstimmungen reinhauen und ja, vielleicht kriegen wir ja heute ein paar Leute bei Twitch rein und ich würde mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen und wenn es klappt. Wir machen das heute am 29.8. das erste Mal im Stream und ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf euch. Wir spielen heute Dead by Daylight. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Haut rein, meine Lieben. Bis nachher, euer Fearscream.